hallo hallo so spritze rein und los geht's mit einem random mit einem leicht fraghaften anderen seite maghaften loadout und der name genauso zu den schüssen oder noch pitching immer doch direkt mal feiten guck mal mal was der typ kann ah shit Ah! Er war drüben am Wagen. Frau mit einem blauen Shirt. Okay. Die Laufen war da. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Oh, come on. 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 Okay, jetzt ist die Frage... Wie spielen wir das? Wie spielen die das? Kann auf jeden Fall jemand noch hier oder schon hier zu sein. Und noch andere Teams Richtung Norden. Okay. 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 Aha. Bewegen die sich? Ich glaube ja, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. 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 Die werden wahrscheinlich nicht rauskommen, wenn die sich jetzt noch nicht bewegt haben. Und rechts ist auch nochmal ein Team. Ja. Ja, ich hatte gehofft wir können die vielleicht zuerst, weil die anderen werden nicht aus dem Haus rauskommen erstmal. Ja. Oder sollen wir von links ran? Weil die einen sind auf der rechten Seite und wir von links? Ja. Ja, dann können wir aber immer noch nicht rein pushen. Ich weiß nicht, ob die Shotguns haben oder so. Ja. Vielleicht werden die Baller, das Baller Team pushen wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Wir sind aber weit weg. Wir sind aber weit weg. Und wir sind aber nicht vor, klingelt damit. Ich muss ihn想 raus. Ich weiß nicht, dass er will. Nein, kann ich nicht. Es gibt ja auch die Rehnung eines Teams. Also, bei Reinholdz ist nichts. Ich weiß nicht, naja. Ich weiß nicht, dass er ist. Ich weiß nicht mehrmals auch. Es ist ein Platz. Und wenn er das macht. Ich weiß nicht mehr. Aber es ist ja das Gefühl. Ich weiß nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, dann probieren wir das mal. Ah, komm schon. Scheiß drauf. Scheiß drauf, die Wurfmesser. Ich glaube, das müsste weit genug weg sein, dass man Leute auch messern kann. Ich habe nicht mehr viel Stamina. Natürlich ein anderes Problem. Ich bin die Map im Blick überhalten hier. Ich würde jetzt bloß keinen Lärm machen hier. Ah, shit. Stopp. Nein. Okay, soviel zu meinen Wurfmessern. Heute kann ich anscheinend damit nicht werfen. Naja, was soll's. Die anderen sind aber auch verdammt geduldig, ey. Ach, aber das ist doch normal. Also meine Runden gehen eigentlich immer so, dass jemand im Boss Leersitz umzingelt ist und dann die restliche Zeit des Matches darin sitzt, wenn man nicht selber reingeht. Ne, ich meinte, dass die anderen nicht angreifen. Ach so, das. Ja, ja. Ah, Schuss war Richtung Westen. Eventuell am Haus die Richtung. Version. Da. Oh. Von den Schüssen her klang das aber so, als wären die näher rangekommen, schon näher rangegangen. So ein bisschen die Vermutung, dass die hier am Haus an der anderen Seite sitzen oder so. So, wobei die Schüsse dafür eigentlich zu weit weg von uns waren. Eher so da vorne Richtung Dumpf schon. Hier war aber auch definitiv schon einer drin. Türe es auf. Okay, Nix. Wenn ich nicht mit einem Random spielen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst rangegangen. Aber ich habe halt noch gar kein Vertrauen in ihn. Ich weiß nicht, wie gut er schießt. Und ob er nicht gleich direkt wegrennt, sobald einmal auf ihn geschossen wird. Wir müssen da vorne irgendwo... Oh, weißt du, da ist ein Zombie. Okay, die geht aber weg. Ja, die Richtung muss es eigentlich sein. Ja, oh, viel Geschieße mittlerweile. Das ist ja so. Ich weiß gar nicht, dass ich mir nicht lerne. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es heute nicht wäre. Ich weiß nicht, dass der Job nicht verliebt. Aber ich weiß nicht, dass der Geist in die Erfahrung weg wäre. Da war ich jetzt nicht? Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, dass der Job nicht mehr. Ich weiß nicht, dass der Job nicht mehr. Und es ist dann nieEric in der Situation dasselbe, Ich weiß nicht mehr, das erste Mal erneutigte. Und das ist das Ganze. Ich würde gerne noch mal einen Moment warten, mal hören und gucken. Da liegt ein Toter. Es ist wieder Stille. Zombies auf der Rückseite. Die Bounty? Nein. Die Bounty? Oh cool, den kann man sogar noch looten. Sechswurfmesser Martini und Officer Brawler. Okay. 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 Mate. Hey! Hey! Da! Hey! Here! Vielen Dank. 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 Shit. Nice. Sehr schön. Soll es gewesen sein, oder? Yo. Yo. Yo, alles clear. Ja. 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 Ja, ist ja gut. Ich kann dir auch noch. Ja. 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 Ja, das ist ja sehr gut gelaufen. Ja. 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 Ich denke mal, das waren die letzten. Ja. 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 Gute Runde. Ja, gut geschossen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.